ja wir kommen zurück bei star citizen befinden uns aktuell im orbit über hörsten auf everest harbour und da rufen jetzt gleich mal den aufzug wir sind ja in der letzten folge mit unserer normat hierher geflogen und dann hatte ich aber keine zeit mehr zum auftanken also müsste sie jetzt ziemlich wenig sprit nur noch um für neue aufträge eventuell gerüstet zu sein aber fix mal auftanken aktuell kann man es ja im flug noch nicht machen der nächsten version kann man sich eventuell tanker kommen lassen wenn dann irgendwo einer ist der einen da auftanken würde aber so weit muss man es ja nicht kommen lassen also zack zack was in lowell sind doch gar nicht in lowell hier steht lowell aber ich weiß holen wir einfach her bett 0 2 also holen wir uns uns her docking port 0 2 scheinen gerade was zu sein können wir aber vorbeischauen aber wir wollen jetzt zu pet 0 2 wenn dann der fahrstuhl irgendwann hier eintrifft na wie oft sind da jetzt aus der tür gegangen habt ihr gezählt dreimal tja wenn das mal irgendwann alles richtig klappt ob das irgendwann mal richtig klappt weiß es nicht zumindest die single-player-kampagne müsste ja dann ordentlich laufen da die ja nicht durch die server gesteuert wird sondern möglicherweise komplett auf der platte liegt ich weiß es nicht aber die wird ja erst kommen wenn das hier einigermaßen weiterentwickelt worden ist also auch noch nicht in absehbarer zeit steigen ein so alles an jetzt wollen wir gucken reparieren sogar was ist denn kaputt restock haben wir aus gesehen rakete verschmissen quantum ist ja nicht der rede wert noch mal alles früher kamen da immer so kleine roboter angeschwebt man sieht wie zurückgehen geht nach oben sehr gut na dann heben wir jetzt ab bevor sie uns wieder storen jetzt war gerade noch der rumpf kurz aufgeploppt ich hoffe wir sind jetzt fertig werden wir mal überprüfen repair 1 alpha unit weiß zwar nicht warum das hier nötig oder warum ich jetzt wieder kaputt sein sollte ein kleines bisschen naja entfernen wir uns lieber fahrwerk rein steckt vor unsere seite so gucken wir mal nach was heute ansteht ja kein problem also hier ist ein beginners permit für low risk targets also nicht very low risk müsste ich 1000 alpha units bezahlen kallioppe in der höhle wieder die höhlengeschichte höhlengeschichten mag ich nicht den könnten wir machen ab der testzeit über ita über hörsten das ist er hier in der nähe so da weiß man nicht was es ist da ist ein fragezeichen wie stark der ist da wird es 25.000 das ist so ein bisschen mehr sein aber auch the cave can only be access and food hier gibt es noch eine evaluation noch eine evaluation und das ist wieder eine höhle eine höhle scheint viel los zu sein da war es mit den carterpillar track down the outlaw and deliver them to justice mal gucken mal gucken wo der ist so und jetzt die karte na gut was da ist hier nee das mit mir hier drüben aber den so wo er meins wo er meins wo er meins und dahin hdms nordgard, mal sehen wo das wirklich da ist, muss man mal meine karte zurade ziehen ja, na gut, dann schon mal weniger als 100 kilometer erstmal die triebwerke einwandern und uns auf vorrats bewegen ja, und jetzt heißt es 37 kilometer hinter uns zu bringen zum Unai Agudelo, erst den Namen ausdenken in dieser trüben Suppe so, nach 30 kilometer und die spule ich jetzt ein bisschen vor die können viel eher locken als ich also ich krieg hier nichts rein kein Ziel jetzt achso, ich sollte erstmal hier umschalten das ist noch zu weit entfernt es sind zwei die 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 so, und der Kollege Jetzt habe ich nur noch Fasern Oh, ein bisschen schwierig aus irgendeinem Grund Aha, der hat ganz gut Geld eingebracht, der eine, weil er ein bisschen besser war wahrscheinlich als ein 500er war, ein 700er, äh, Credits, Typ So, jetzt gucken wir mal Ich will hier in der Nähe irgendwo einen OM-Marker haben Da ist noch was Blaues Wir wollen keinen HTM anspringen, wir wollen eher einen OM-Marker Ganz kleines bisschen weg So, jetzt gucken wir mal Und, äh, Aufträge So, Hirsten In der Höhle Wollen aber nicht in die Höhle Tram Meyers Mining auf Zellin, das ist auch sonst wo Das ist auch zu Fuß in der Mission Was ist hier? Assistenz und Unterstützung Dann gucken wir mal, wo das ist Akzeptieren, dann wären wir eh abgeschossen Aber das können wir uns heute schon mal anschauen 72.000, gucken wir mal auf der Karte So, wo ist denn der Marker davon? Mal sehen, was das ist Wenn es so viel Geld dafür gibt, dann wird es zu viel für mich sein Ah, wassuchen können wir uns ja mal Zumindest ein schönes Asteroiden-Feld, ne? Wir müssen aber wieder nach innen gehen, weil... Ich sollte das Ding dort beschützen. Ja, ich hör's schon. So, ansonsten nachher, da unten. Ich bin nämlich hier. So, ansonsten nachher. Mist. Das tut mir jetzt furchtbar leid. Ich hab das Ding gestreift. Naja. So kann's gehen. Ne? Aber das hätten wir geschafft. Schade eigentlich. Also, vielleicht hätten wir's geschafft, ne? Ja, ja. Ja. Crusader L1 sind wir jetzt rausgekommen. Hm. Ich hätte mich natürlich auf Everest-Haver und natürlich im Krankenhaus anmelden können, und wäre aber nicht sonst wo. Aber das werden wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr schaffen, wieder dorthin zu kommen. Ähm. Wir gucken erst mal, dass hier noch für Nachrichten kommen. Ähm. Ja. Die haben den jetzt angegriffen. Wahrscheinlich waren es noch mehr Schiffe. Schade. Jetzt können wir einen anderen mal wieder ausprobieren. Ist das jetzt schlimm, dass ich das nicht geschafft habe? Ja. Na ja. Wir gehen erst mal in unser... Achso. In unser Inventar. Na. Ich steck mal auf falsche Taste. So. Weg mit dem Kleid. Das an. Das an. So. Exit. Ja. Man darf halt nicht zu wild drauf losfliegen, damit man die anderen nicht trifft. Also mit einem eigenen Schiff und sich damit selber ausknockt. Was mir jetzt gerade geschehen ist. Also gehen wir zur... Da. Zum Pet. Gucken wir mal, dass wir die Nomads wieder claimen. Ja. Jetzt wird sie geclaimed und jetzt gucken wir uns nochmal hier an. In der History. Das haben wir geschafft. Das haben wir nicht geschafft. Haben wir auch kein Geld dafür gekriegt wahrscheinlich. Aber ich habe zwei zumindest von denen ausgeschalten. Einen habe ich dann, ja, leider gerammt. Ob wir jetzt sonst wo sind, würde ich sagen. Äh. Muss ich mal zentrieren. Hier sind wir bei Cussela. Na ja. Bei Ela ist was. Aber das schaffe ich heute nicht mehr. Weil aktuell haben wir da Handwerker und so. Und da ist natürlich nicht so viel Zeit. Versuchen wir beim nächsten Mal, ob wir da nochmal jemanden beschützen können. Mal gucken, ob da noch so ein Auftrag kommt. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Beim nächsten Mal versuchen wir es einfach wieder. Bis dahin sage ich Tschüss. Macht's gut. Euer Astronir. Tschüssi. 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 Tschüssi.